Tilt-Shift-Objektive werden in der Produkt- und Architekturfotografie verwendet, um Korrekturen vorzunehmen, wie sie ursprünglich der Großbildfotografie vorbehalten waren. Ich möchte diese Funktionen anhand dieses Spezialobjektives der Firma Schneider Kreuznach vorstellen und die Funktionsweise und den Gebrauch erläutern. Die erste Funktion, das ist die Shift-Funktion. Da kann ich den Bildausschnitt eines Objektes, eines Fotos verändern, ohne die Kamera schwenken zu müssen, über das Verschieben des Bildkreises. Der Vorteil dieser Einstellung ist, wir müssen, um zum Beispiel einen höher gelegenen Ausschnitt der Architektur fotografieren zu können, das Objektiv nicht schwenken und brauchen dadurch nicht perspektivische Verzeichnungen oder perspektivische Einstellungen zu korrigieren. Die Tilt-Funktion des Objektives ist ein Verschwenken der optischen Achse mit dem Ziel, die Schärfenebene zu schwenken, also einen anderen Schärfenbereich einzustellen. Wir sehen das hier an diesem Beispiel. In der Grundeinstellung, also das nicht verschwenkte Objektiv verhält sich so wie jedes andere Objektiv. Da ist dann die Schärfenebene immer parallel zur Bildebene. Bildebene ist in diesem Fall die Ebene des Sensors. Verschwenken wir das Objektiv, also benutzen wir die Tilt-Funktion, wird die Schärfenebene ebenfalls geschwenkt. Das kann man grafisch ermitteln. Die Bildebene, die Objektivebene und die Schärfenebene schneiden sich nämlich in einer Geraden, die hier durch den Punkt symbolisiert wurde. Man kann also die Schärfenebene so verändern, dass sie nicht mehr parallel zur Sensor, also zur Bildebene ist. Hier sehen wir nochmal die beiden Funktionen gleichzeitig am Objektiv eingestellt. Wir haben eine Verschiebung, die Shift-Funktion und wir haben die Verschwenkung, die Tilt-Funktion, die die optische Achse nach unten verschwenkt. Ich möchte das nun anhand von zwei Beispielen erläutern. Im ersten Beispiel geht es um eine Produktfotografie einer Gitarre. Wenn wir die Grundeinstellung des Objektives verwenden, dann haben wir einen Schärfenbereich, der sehr gering ist. Die Unschärfe liegt hier bei der Gitarre auf den vorderen Einstellknöpfen der Klangregelung. Das ist durchaus auch ein sehr ansprechendes Bild, wenn im Hintergrund die Gitarre in der Unschärfe verläuft. Allerdings ist es ja möglich, dass der Kunde möchte, dass die Gitarre, auch die Seiden und die Pickups, also die Tonabnehmer, in der Schärfe liegen, um sie im Katalog besser erkennen zu können. Die erste Möglichkeit, die Schärfentiefe zu erhöhen, ist natürlich abzublenden. Ich mache jetzt den Versuch, die Blende ganz zu schließen, um die Schärfentiefe möglichst groß zu bekommen. Das Ergebnis ist schon viel besser. Wenn man aber genau schaut, ist der hintere Teil der Gitarre immer noch leicht unscharf, da die Schärfentiefe gerade in diesem Nahbereich natürlich auch sehr schnell nach hinten abnimmt. Also werde ich nun in einem nächsten Schritt die Tiltfunktion anwenden, um die Schärfenebene nach vorne zu kippen, um sie mehr auf die Oberfläche der Gitarre zu bekommen. In diesem Bild sehen wir, dass er schon sehr gut funktioniert. Die Schärfe liegt relativ gut auf der Oberfläche und auf den Seiten der Gitarre. Die Unschärfe läuft jetzt nach unten. Wir sehen also vorne den Anschluss, den Klinkenanschluss der Gitarre, der jetzt schon in der Unschärfe liegt. Das heißt, die Unschärfe geht jetzt nicht mehr von vorne nach hinten, sondern eher von oben nach unten. Wir können also hier die Oberfläche sehr schön scharf stellen. Durch die Verschwenkung, also durch die Tiltfunktion, wird allerdings auch der Bildausschnitt verschoben. Jetzt müssen wir über die Shiftfunktion den Bildausschnitt wieder in die richtige Position bekommen. Wichtig dabei ist eben diese Funktion der Shiftfunktion, dass eben die Schärfenebene und auch die Perspektive nicht verändert wird. Ich verschiebe das Objektiv also in der Schärfenebene und habe dadurch keine Beeinflussung des Resultates, was die Schärfe anbelangt. Es wird ausschließlich der Bildausschnitt korrigiert. Alle diese Einstellungen habe ich nun mit offener Blende vorgenommen, um die Schärfe genau beurteilen zu können. Und im letzten Schritt wird jetzt noch abgeblendet, um eventuelle leichte Unschärfen noch in den Griff zu bekommen und die Oberfläche der Gitarre auch hundertprozentig scharf einzustellen. Hier das Resultat. Ein Bild in dieser Schärfe bis in den hinteren Bereich des Produktes bekommen Sie mit einem normalen Objektiv so nicht hin. Sie müssten also entweder eine Fachkamera verwenden, eine verstellbare, oder eben solche Spezialobjektive. Im Folgenden zeige ich die Verstellfunktion der Kamera noch einmal etwas deutlicher und ausführlich im Video hier. Im vorderen Bereich des Objektives sehen wir den Blendenring, also die Einstellung der Blende. Und dieser blaue Blendeneinstellring öffnet und schließt die Arbeitsblende, sodass wir die Scharfstellung immer bei offener Blende machen können und dann abblenden können. Hier sieht man das von vorne sehr schön, wie die Abblendung auf die Arbeitsblende funktioniert. Die Scharfstellung, also die Fokussierung, erfolgt über den großen Fokussierring mit der Meter- und Inch-Einstellung. Weiter hinten als nächstes die Einstellfunktion für die Shift-Funktion. Wir sehen, durch Drehen an dem Ring wird das Objektiv parallel verschoben. Hier sieht man die Angabe der Verschiebung in Millimetern. Ich kann also hier in diesem Fall bei diesem Objektiv von 0 bis 12 Millimeter die seitliche Verschiebung einstellen. Der hinterste Ring ist für die Tilt-Funktion. Hier kann ich das Objektiv bis zu 8 Grad verschwenken. Da in diesem Fall die Verschiebung und auch die Verschiebung immer nur in eine Richtung möglich ist, kann ich beide Funktionen separat voneinander 360 Grad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, um zum Beispiel die Verschwenkung in diesem Fall in jede beliebige Richtung durchzuführen. Hier sieht man noch einmal die Tilt-Einstellung in Grad von 0 bis 8 Grad einstellbar. Die gleiche Drehung kann man auch für die Shift-Funktion machen. Das heißt, ich drehe das Objektiv bis zu 360 Grad und kann dadurch meine Shift-Verschiebung auch in jede beliebige Richtung einsetzen. Eine weitere Anwendung, besonders der Shift-Funktion, ist in der Architektur. Wenn ich ein Gebäude fotografiere, muss ich meistens die Kamera leicht nach oben schwenken, um eben das ganze Gebäude drauf zu bekommen. Durch dieses nach oben schwenken wird natürlich die Perspektive deutlich. Das heißt, die weiter oben entfernteren Bereiche werden kleiner abgebildet als der Nahbereich, also die unteren Bereiche des Gebäudes. Dadurch entsteht eine Flucht. Die parallelen Linien laufen nach oben zusammen. Das kann ich eigentlich nur dadurch vermeiden, dass ich das Objektiv, also die Kamera wieder gerade, also horizontal positioniere und dann einfach den Bildausschnitt über die Shift-Funktion verschiebe. Dadurch bekomme ich parallele Linien und muss anschließend keine Korrekturen in der Bildverarbeitung machen.